Musik Susanne, du hast eben in der Erwärmungsphase ein Lied genannt. Das war... Deine Schönheit wird vergehen. Deine Schönheit wird vergehen. Und aufgrund dieses Liedes haben dich die anderen Gruppenmitglieder zum Hauptdarsteller gewählt. Es muss irgendetwas mit dem Lied verbunden sein, was die anderen angesprochen hat, was du signalisiert hast. Ein Gefühl vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, ob bei den anderen das gleiche Gefühl da war. Bei mir ist das vorherrschende Gefühl eine große, alles umfassende Traurigkeit bei diesem Lied. Es ist möglich, dass die anderen das auch so empfunden haben. Susanne, welche Situationen fallen dir ein, in denen diese Traurigkeit, diese große Traurigkeit auftritt? Mir fällt zum Beispiel die Situation ein, als meine Mutter mit uns Kindern aus dem Sauerland zurückkommt. Nach Duisburg zum Vater, der die ganze Zeit über zu Hause geblieben ist. Da ist diese große Traurigkeit, dass das Leben in der Freiheit, die behütete Kindheit vorüber sind. Wie alt bist du in der Szene? Es muss kurz vor Schuleintritt gewesen sein, so ungefähr sechs Jahre. Und wenn du noch weiter überlegst, was fällt dir noch ein? Traurigkeit. Ich denke etwas weiter zurück, als wir ins Sauerland gefahren sind, meine Mutter mit uns Kindern, uns Vieren. Und wir mehrere Tage gereist sind, auf einem Lastwagen, auf einem Trek. Da waren sehr viele Leute da. Die hatten Gepäck dabei. An ein paar Fässer erinnere ich mich noch schwach. Ich saß eingeklemmt auf dem Lastwagen und um mich herum Fässer. Meine Beine waren eingeklemmt und ich fühlte mich sehr hilflos. Abends spät haben wir dann irgendwie übernachtet. Meine Mutter hat mich in dem Lastwagen in einem weichen Oberbett verpackt. Es war warm geborgen, aber es war dunkel und da war die Straßenlaterne. Ich fühlte mich sehr traurig da. Das war das gleiche Gefühl, das ich bei dem Lieb gehabt habe. In der ersten Szene, bei der Rückkehr aus dem Sauerland, da warst du sechs Jahre alt. Und jetzt bist du? So drei. Und wenn du vielleicht noch etwas weiter zurück gehst? Zwei Jahre. Ich stelle mir vor, dass ich als ganz kleines Kind, als Säugling in einem Körbchen im Garten unter dem Pflaumenbaum gelegen habe. Ich habe in die Blätter geguckt, bei Sonnenschein und fühlte mich eigentlich alleine. Meine Mutter ist manchmal gekommen und hat ins Körbchen geguckt und hat mir zugelacht. Und dann ging sie wieder weg und ich lag ganz allein da. Susanne, meinst du, dass wir diese letzte Szene spielen können? Ja. Wo du als kleines Kind im Körbchen liegst, deine Mutter kommt? Ja. 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 Vielen Dank.